Bei den kommenden eidgenössischen Abstimmungen sage ich klar und deutlich Ja zur Abschaffung der Emissionsabgabe. Während der Pandemie haben die Unternehmen, KMU und Start-ups viel Energie und Risiko auf sich genommen und damit geholfen, Arbeitsplätze zu sichern. Wollen Unternehmen wachsen, benötigen sie dafür Kapital. Gerade in der Krise ist das absolut zentral. Jetzt kann es aber nicht sein, dass Unternehmer, die ihr eigenes Kapital in die eigene Unternehmung eingeben, dafür noch etwas bezahlen müssen. Gerade in der Krise brauchen die Unternehmen jeden Franken, um zu investieren, Arbeitsplätze zu sichern und Steuern zu bezahlen. Die Abschaffung der Emissionsabgabe auf Eigenkapital stärkt unsere Unternehmen, KMU und Start-ups. Sagen Sie deshalb am 13. Februar Ja zu dieser Vorlage.